Business Dayment Connect & Celebrate, das Charity Event, diesmal zum allerersten Mal in Weiß. Ja, die Weiße Networking Party hier in Köln. Am 21.09. wollen wir da mit euch das Event zelebrieren. Netzwerken für einen guten Zweck. Tausche dich aus, treffe Menschen, hab Spaß. Und das Schöne ist, es ist zum allerersten Mal in Weiß, nicht nur in Köln, sondern deutschlandweit. Also, Business Dayment Connect & Celebrate, das Charity Event, diesmal in Weiß im Art Hotel, direkt am Rhein. Besser kann man eigentlich nicht netzwergen. Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam in den Abend reintanzen, in den Abend reinkonnecten und vor allen Dingen noch für einen guten Zweck die Hand aufs Herz legen und sagen, wir denken nicht nur an uns, wir denken auch an andere. In dem Fall an den Bundesverband des Kindenausbildes. Ich als Botschafter bin das ganze Jahr unterwegs und möchte auch an diesem Abend, an dem 21.06. natürlich wieder Gutes tun und darüber sprechen. In diesem Sinne, holt euch die Tickets, unterstützt das Event und kommt alle in Weiß. Und wenn du keine weiße Hose hast, dann wenigstens ein weißes Hemd. Bis dahin.